...laden wir alle ein, ein paar Grundschritte Salza mit uns zu lernen. Bitteschön. DJ, hast du für uns das schöne Lied Fresquesito? Er hat es. Da wird es. Da wird es. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Recht vielen Dank, danke für den Beifall, danke an Los Chibos Negros für diese Vorführung Wie tanzt man Salsa in Kuba? Einmal hier Wie tanzt man Salsa in Kuba? Wie tanzt man Salsa in Kuba? Untertitelung des ZDF, 2020